So, herzlich willkommen am 10.05. zu unserem CrossFit Bonn Home Training. Wir starten mit 10 Meter Duckwalk. Dann haben wir 5 Tempo Goblet Squats. Dann haben wir langsames Runtergehen und unten eine kurze Pause. Und dann haben wir beim Aufstehen Knie raus, Herzen im Boden. Acht pro Seite Single Leg Romanian Deadlift. Und dann haben wir 20 Sekunden Lizard Stretch. Plus 5 Lizard Rotations pro Seite. Genau, das Ganze so für 6 Minuten. Und dann starten wir mit 3 Super Setten. 10 Tempo Goblet Squats. 3 Runter, unten, 3 Halten. Und dann geht es zügig nach oben in die volle Streckung. Dann haben wir 12 pro Seite Feet Elevated Single Leg Romanian Deadlift. Wie Warm Up. Nur, dass der Fuß diesmal etwas erhöht ist. Und dann haben wir 20 Sekunden pro Seite Single Leg Glute Bridge Hold. Und dann 90 Sekunden bis 2 Minuten Pause zwischen jedem Satz. Dann geht es ins Workout. 12 Minuten M-Rep. Wir haben am Anfang 15 Meter Front-Walking Lunges. Fangt dann mit dem linken Arm an. 20 Chair Step-Ups. 15 Meter Front-Walking Lunges mit dem rechten Arm. Und 15 Thrust. Und dann 30 Meter Front-Walking Lunges mit dem Rückenbogen reinnehmen, wenn ihr den Carry macht. Dass der Rücken gerade bleibt. Und das war's. Viel Spaß dann noch mit der Challenge.